Desire Traum Hochzeiten wird aus meinem Namen Desiree abgeleitet und das bedeutet sich etwas wünschen. Mein Ziel ist es die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Ja und auch ich habe mir mit Desire Traum Hochzeiten meinen Herzenswunsch erfüllt, Hochzeitsplanerin in München zu sein. Ja meinen Kunden möchte ich nicht nur die Wünsche erfüllen, sondern ihnen hauptsächlich viel Arbeit abnehmen, Stress ersparen, frische Ideen liefern und ihnen einfach wie ein Freund während der wunderschönen Verlobungszeit zur Seite stehen. Mit viel Liebe, Herz und Perfektion plane ich die Hochzeiten. Sei es nun eine Komplettplanung, also wirklich alles von A bis Z oder eben nur eine Locationsuche. Hierbei ist mir besonders wichtig, den Stil und die persönliche Note meines Paares mit meinem Know-how und meinen Ideen perfekt miteinander zu vereinen, so dass am Ende ein wunderschöner, toller Tag den Abschluss meiner Arbeit bildet. Das Wichtigste und Schönste für mich ist, das Paar am Tag der Hochzeit strahlen zu sehen.